Grüezi miteinander. Hier ist Samuel Bollinger von der Firma Bollinger Spezialkulturen. Wir produzieren mit 15 motivierten Mitarbeitern sehr qualitativ hochstehende Produkte aus dem Aargau. Das wären z.B. ganz feine Nüsslisalat in vier verschiedenen Qualitäten. Wir haben wunderschöne Radieschen, die auch geschmacklich sehr hervorragend sind, mit einer gewissen Schärfe. Wir haben ganz schöne Rettich oder auch wunderschöne und feine Bundrüebeln. Nebenbei haben wir auch noch Sellerie und Schnittlauch, die wir mit Leidenschaft herstellen.